Jo, willkommen zurück. Ja, ich hatte gerade das Let's Play von Extermination Day abgeschlossen und danach vergeblich versucht, Hunter aufzunehmen, also mit dem Let's Play weiterzumachen. Allerdings wird dieses Projekt wohl kurzfristig an die Wand genagelt, wegen weil GZ Doom kommt irgendwie mit Hand nicht klar. Bei Map 13 gibt es so eine bestimmte Stelle in der Map, gleich wenn man praktisch aus dem Tunnel rauskommt. Und da hängt sich GZ Doom komplett auf und ja, soweit, dass sich praktisch der X-Server mitsamt. Naja, nicht hängen bleibt, aber um wieder in den X-Server ranzukommen, muss sich GZ Doom über die Konsole abwürgen. Ja, nicht sehr schön. Also, den Rechner geschrottet hat es nicht, der Rechner funktioniert weiterhin, aber GZ Doom schießt sich praktisch immer selber ab. Von daher wird das erstmal, bis ich herausgefunden habe, warum das so ist, auf unbestimmte Zeit pausiert. Ja, von daher machen wir jetzt erstmal weiter mit Back to Saturn. Ich hoffe, ich habe die Aufnahme gestartet. Ja. Gut. Ah, ich bin auch bruttel. Warum eigentlich bruttel? Bist du gar nicht bruttel, Doom? Ok, ok. Oh, sieht ja hässlich aus. Gut. Hm. Waaah. Gleich am Anfang, du Gunnova. Oh, ha, oh, ha, ha. Was? Was schießt denn hier eigentlich? Ach so, dann. Oh Gott, das ist ja so viel Action hier schon wieder. Kommt man denn eigentlich hoch? Hallo? Ähm, tschau hier. Hallo? Kannst du dich mal anziehen? Ähm. 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 Alleluia! Geht ja ab! Alleluia! Alleluia! Ah, ich weiß nicht, kann ich vergessen. Quasi, ich war getroffen, bis ich mich selbst umgebracht habe. Na? Fuck, das hätte so gut sein können. Okay, ich muss erstmal alle gegen aufeinander hetzen. Tschüss, ich bin mal weg. Ha! Oh, da kommt einer. Der böses will. Äh. Hier, wollte ich, danke. Oh, da ist er. Oh, da ist er. Nein. Ah, es leckt mich doch. Oh, da ist dann mit aus. Da. Er wird sicher bist. Die Metals Wir haben den Ball. Wenn gerade jemand fragt, was ich hier mache, ich warte darauf, dass irgendjemand mal geruhen fallen lässt. Nein, das wollte ich nicht. Danke. Perfekt. Keiner legt den meine Runden offen. Ist schon hart traurig. So. Brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Dankeschön. So. Okay. Können wir mal langsam anfangen, ein bisschen ärztes zu machen hier. Nein. Äh, ja. Was? Och Mann, alter, ärzt hat jetzt... Hallo? Sag mal. Äh. Nein, ja guck, also die 8, ok Was wird denn? Nein, hallo, ach Gott, Alter Hä? Esa es pena Esa es pena Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ach, leck mich Ja, 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 ja 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 Ja Ach man, er mainland Ja, ja, ja Ah, 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 ah. Sehr gut. So, wo kann ich noch ausräumen? Nämlich schon mehr. So. Gut. Danke. Achso. Wow. Hat mir echt neue Wege eröffnet. Ich bin begeistert. Komme ich jetzt irgendwo hin? Ja, da komme ich hin. Wow. Oh Gott. Bringt mir aber nichts. Ach Leute. Danke. Ihr seid doch krankhaft krank. Ihr kranken Krankies. Oh. Oh. Krankhaft. Oh. 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 Okay. Oh. 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 Achso. Boah, jetzt bin ich ja wieder hier. Boah, läuft der Ernsthaft? Ja, gut. Hm. Ich habe nach wie vor noch keinen Schlüssel. Da ist eine grüne Kerze. Alter. Gibt's doch gar nicht. Nett. Ich kann mir den gesamten Weg ja schließen. Ah, geht er weg. Da bin ich ja wieder hier. Okay. Okay. Da zeig ich uns schon mal nicht rein. Hier ist ein Teil. Aha. Hier geht's rein. Okay. 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 Interessant. Ja. I run in the circle. Aha. Okay. Wow. Erstmal schon alles verschwenden. Gut. Okay. Dann geht's jetzt hier weiter. Ja. Mhm. Achso. Okay. Okay. Oh. Nein. Nein. Ja. 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 Spannende Musik guck doch mal ach so äh, da bin ich wieder hier, oh hallo das Ding ist ja komplett hier, go fake so, jetzt habe ich die, ich habe jetzt die, hä? die gelbe Karte habe ich jetzt, also muss ich nach hinten da 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 komm Was ist das? 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 Das ist doch nicht mal euer Ernst hier, oder? Geht doch. Diese Kinderkarte. Hier ist ein Leuchner, ein Stift. Aha. Danke dafür. Das hätte man. Das brauch ich. So was brauch ich. So noch mehr. Oh, es ist ja ganz schön viele sogar. So, jetzt habe ich die rote Karte bekommen. Mit der rote Karte muss ich noch da hängen. Da muss ich hin. Genau. Achso, ist schon der Wechsel. Sehr gut. Dann kann ich wieder weiter mit den Gegnern hier begnügen. Ich dachte, in den Betanzen kommen jetzt noch mehr Gegner. Dann hätte ich nämlich jetzt mal die erledigt. Wie wird die auch noch alle zu mir kommen? Alter, eine Hunde nach der anderen. Was ist denn hier los? Da grave. Achso, ich selber. So, fehlt mir voll irgendwas? Irgendwas? Ne, ne? Bin soweit voll. Na gut, außer von der BFG. Von der Krieger wahrscheinlich. Keine Munition. Siehste? Alter, das wär's ja. Ne, oder? Ja, ey, ich probiere mir grad kurz was. Tatsächlich. Oh, das gibt's doch gar nicht, ey. Oh. Wow. Das heißt, ich kann mir mit den vielen Quellen, die ich jetzt mittlerweile habe, heute eigentlich mit dem Bummen schon zurückgestellt. Habe ich noch, glaube ich, oder? Ja, ich bin da da. Wie ist das überhaupt noch mal? Äh. Hm. Ah, genau. Cash, Percent, Bonus. Ja, ist auf normalen Wert. Ey, das heißt, mit den vielen, die man bekommt, mit den vielen, äh, Coins, kann man nicht fragen, die gesamte... Boah, ich hab den Fälscher ausgenommen. Die gesamte Zeit selbst mit BFG versorgen. Heißt also, man hat gar keine künstlichen Gegner mehr. Na gut, dann würde ich mal sagen, die nächsten Maps, das sind alle, dann bis kurz. Eieieiei. Ähm, Quick Save. Ja. Gut. Und dann, bis, ja, schau mit V. Also, .